Zwei Jahre nach ihrer Trennung sitzen Chris Breu und Eva Benetatou plötzlich wieder an einem Tisch. Im exklusiven Interview mit okmark.de sprechen die beiden über ein mögliches Liebes-Comeback. Chris Breu und Eva Benetatou verbringen wieder gerne Zeit zusammen. Kaum eine Trennung hat die Fans des sogenannten Trash-TVs so erschüttert wie das plötzliche Liebesaus zwischen Eva Benetatou, 31, und Chris Breu, 34. Nachdem der Influencer bei den Dreharbeiten zu Kampf der Reality-Stars im Frühjahr 2021 mit der Berlin-Tag-Nacht-Darstellerin Jennifer Reilly, 31, angebändelt haben soll, zerbricht die Beziehung. Eva, damals hochschwanger mit Söhnchen George, 1, verkündet im April unter Tränen die Trennung. Nun scheint sich das Ex-Paar aber wieder vertragen zu haben. Zumindest für ihr gemeinsames Kind halten Eva und Chris wieder zusammen, wie sie im exklusiven Interview mit okmark.de betonen. Wenn man ihn sieht und natürlich auch weiß, er braucht Mama und Papa, dann ist es auch wichtig, dass wir uns verstehen, sagt der 34-Jährige. Das bedeutet, dass die ehemaligen Streithähne inzwischen sogar wieder miteinander lachen können, wie Chris verrät. Das Verhältnis, das wir jetzt haben, nach der ganzen Zeit, ist gut. Wir quatschen, essen und lachen zusammen. Das war vor einem Jahr noch unvorstellbar und heute sind wir Eltern, die auch zusammen mit George Ausflüge machen können, und so weiter ohne Beziehungsstress, Eifersuchtsaktionen, etc. Klingt doch ganz danach, als könnten Eva und ihr Ex doch noch zueinander finden, oder? Den kleinen George würde es sicherlich glücklich machen, wenn seine Eltern wieder zusammenleben würden. Doch diese Option schließen die Reality-Stars definitiv aus. Ein Liebes-Comeback wird es nicht geben, stellt Chris Bräu im Interview klar. Eva wird deutlich. Vertrauen zu Chris wurde gebrochen. Gerade für Eva sei ein zweiter Anlauf mit ihrem Kindsvater unvorstellbar. Der heftige Rosenkrieg hat seine Spuren bei ihr hinterlassen. Chris und ich sind in komplett unterschiedliche Richtungen gewachsen, sodass ein Liebes-Comeback sehr schwer zustande kommen kann. Auch nochmal das Vertrauen aufzubauen, erscheint mir als unmöglich. Dennoch scheinen sich die zwei gut zu verstehen. Wäre eine weitere TV-Show als Ex-Paar also denkbar? Ich habe in der Vergangenheit mal mit dem Gedanken gespielt, aber mittlerweile denke ich eher weniger, dass dies der richtige Weg für uns ist, lautet Evas Antwort. Während sie nicht länger in der Vergangenheit leben möchte, erklärt Chris, dass es für ihn ganz auf das Format ankomme. Eine Anfrage für prominent getrennt haben sie jedoch bereits zweimal abgelehnt.